Hallo liebe Frauen, ich muss unbedingt mal mit euch reden. Ich habe mir gedacht, wir werden zusammen gemeinsam den Markt erobern. Bis jetzt ist es so, dass wir immer den Beruf bedienen, Verkäuferin, Anwaltshilfen, Arzthelferin, aber es gibt ja noch viel mehr. Wir möchten genauso viel Geld verdienen wie unsere männlichen Kollegen. Das heißt, wir wollen die technischen Berufe erobern. In Berlin gibt es in den landeseigenen Unternehmen 660 Ausbildungsplätze in Richtung Technik. Lasst uns den gemeinsam erobern. 50% davon stehen uns zu. Nehmt euch die 50%, macht Karriere, macht aus den Männerberufen weibliche Berufe. Wir sehen uns.